Okay, weiter. Genau, schieß mich ab. Tut mir leid. Habe ich so eine schlechte Info-Verbindung oder treffe ich die irgendwie nicht? Bin ich irgendwie blöd? Du hast 21, was willst du denn? Ja, ich weiß, aber irgendwie kommt mir das so vor, als wenn ich die abschieße, die Zombies, dass ich die nicht treffe. Schon wieder? Ja, schon wieder Shelby. In schwarz, aber. Ich würde den hier oben. Ich würde den in schwarz nehmen. Warum in schwarz? Weil, sieht keiner aus. Gelb sieht doch scheiße aus. Und rot auch. Nein. Doch. Rauch passt gar nicht zu ihm. Klar. Ein Baseball. Ist da jemand? Ein Baseball. Ein Jockey. Ja, Junge, geh doch raus. Was schießt du mich denn? Ich hab den gedobelt. In Weiß. Nein, in Weiß sieht da eigentlich auch geil aus. Nein. Jetzt schieß dich aufs Auto. Russian, komm, wir haben schon zu viel Zeit. Ja, wart da mal. Oh, Junge. Hey, das kann doch echt nicht wahr sein. Ich hab nicht drauf geschossen. Hier, kommst du mal zurück und hilfst mir ein bisschen. Willst du mich verarschen? Hey, die wollen mich echt rollen, ne? Ey, Junge, was ist das? Junge, meine Fresse, was ist denn? Geh doch mal, verpisst dich doch mal. Bin ich so interessant oder was? Ey, Junge, haben wir hier Realism-Mode gemacht? Nein, normaler Modus. Weil die Rochelle-Mode, die Witch, hat ja die Rochelle verfolgt. Und die ist mit einem Schlag sofort gestorben. Ja, wenn du guckst, der ist normal. Wir spielen normalen Modi. Oh, jetzt ist da ein Hunter, ne? Junge, warum sind denn die so scheiße stark? Junge. Ein ganzes Magazin auf die Ballern, die sterben nicht. Ich mach jetzt den Nahkopf, ist mir scheißegal, Junge. Zurück mit euch, zurück, zurück. Müsst du Nahkopf, sterben die sofort. Junge, wollen die mich verarschen? Wie viele kommen denn hier, Junge? Ich seh schon, wir werden lange hier bleiben, lange. Alter, was hier los ist? Ey, was ist das für eine... Was hast du denn rausgesucht? Ja, ich hab nach Tag geguckt. Ja, nach Tag. Warte, erst mal hier, so. Oh, Junge, ich bin 9 HP, ey. Ey, hast du nicht noch irgendwas? Nee, ne? Nein. Alles aufgebraucht. Junge. So, weiter geht's. Warte mal, haben wir nicht was zu heilen? Wir müssen jetzt mal was erreichen. Ich hab ein Counter-Strike-Messer. Hier ist ein blauer. Ich hab ein Counter-Strike-Messer. Freu dich. Hier ist Muni und Medipick. Oh, gib mir. Junge, ey, das ist ja... Das ist ja noch nicht mehr normal. Oh, das ist doch schon viel geiler. Ja, genau. Helfen mir, helfen, helfen. Ah, ich muss aufstehen. Oh, Junge, das Medi hat sich so gar nicht gelohnt, ne? Alter. Alter. Was nimm' mir? Ich hasse das, ey. Weil Lift-Wordet ist es immer so, wenn wir zu lange an einem Ort bleiben, dann kommen die immer. Ja, schieß doch auf mich, Mann. Wir sind in Frank... äh, in Frankreich. Mann, du scheiß Juggie. Chill doch mal. Ey, meine Fresse. Junge. Counter-Strike-Messer, Junge. Regelt alles. Ich geh jetzt mit Nahkampfwaffen durch. Ja, ich glaub, hier kann man nur mit Nahkampfwaffen weitergehen. Hinter dir. Warum kann ich mit dem Schutzschild Arme abschlagen? Das verstehe ich nicht. Okay, hier ist Schutzmunker. Was steht da? Fail-Log-Will-Hast. Warte, hier ist wieder... Oh, okay. Oh, das war Alter, das war aber ganz schön knapp. Nein, was ist denn das? Alter Junge, das wär jetzt so scheiße gewesen, wenn jetzt da noch so ein scheiß Hunter auf mich draufgegangen wäre. Kurz vorm Ziel wären wir abgeschissen. Ich hab das Gefühl, dass noch andere Spieler hier mitspielen. Ja, heil dich, aber mich nicht. 3 HP, Junge. Was ist los mit dir? Ja, ich brauch mehr. Ähm. Hier. Komm, hol doch nicht rum. Wir haben's doch da geschafft. Nein! Und gut, ciao, ciao. Aha, fertig. Kommt zur rechten Zeit. Kommt zur rechten Zeit. Alter! Und hör auf, mich jetzt abzuschießen. Ohne Scheiß. Noch einer. Loil. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt lass einfach rennen. Das wird zu riskant hier. Ja, ich kann nicht. Jawoll, Junge, jawoll. Ja, sehr schön. Nicht! Ah, Junge, du. Wieso heilt sie dich? Du bist voll das Leben. Wir haben doch noch drei Stück und die anderen beiden sind sowieso weg vom Fenster. Der kommt doch jetzt wieder. Ja, und? Es geht rein erst mal heilen und ist aber voll erst. Du hast alles, nix, zum Deckel. Arschlecken, Junge. Wir sind hier in der Zombie-Apokalypse. Das müssen wir machen. Kannst mich nochmal heilen, ja. Das ist lebenswürdig. Die Junge hat die meisten Schaden zugeführt. Ich mache mir gleich eine Pizzarei, ne? Die Uhrzeit noch eine Pizza. Ich habe keinen Hunger, aber ich habe bloß auf eine Pizza. Wo es mir die, mir die, mir die, mir die, mir die, mir die. Ey, ich will auch noch ein, mir die. Hallo, Latter, schneller lacht du Scheißrechner. Oh, das ist jetzt aber richtig gemein, was ihr macht. Junge, das ist irgendwo. Gibt es denn da noch Macheto oder sowas? Hier musst du irgendwo ein Rad anleihen. Ich habe meine weggeworfen. Kriege jetzt Schläger. Nee, ich will das Messer haben. Ich will, ich will nicht diese Scheiße hier. Ne Ochs, ne Ochs. Ne Ochs. Ist da unten noch was? Nö. Oh, toll. Ach, ich habe doch Medi. Ja, ach, du hast sicher auch eins genommen. Gott ist dead. Also das, das glaube ich. Ja. Oder vielmehr, am besten noch. Gott, existiert nicht. Weil war da nicht gerade ein Boomer? Ja. Habe ich schon. Jetzt sind wir schon wieder in so eine Scheiß-Kanisolation hier. Ich habe mir geschworen, dass ich hier nie wieder reingehe. Ja, siehst du mal. Oh Gott sei Dank, sie sind wir wieder in der frischen Luft. Frischluft. Nein. Und deswegen, deswegen liebe ich auch so, wenn man in der Stadt rumläuft am Tag. Ja, Leute, wir machen auf jeden Fall auch mal Survival-Map, also wo wir überleben müssen. Und nicht einfach nur Cup name. Das ist doch gelogen. Hier, Dings. Wo müssen wir denn hin? Ja, das, ähm, boah, beide Beine abgeschöpftet. Ja, hier ist ein Pfeil. Ja, das frage ich mich auch. Ist das Auto oder was? Ah, da. Hier, hier, hier geht's. Hier ist lang. Hier ist noch einer drin. Hier ist noch einer drin. Sollen wir da drin lassen oder raus? Worin was lassen? Ja, bei uns. Nee, mach raus, die Scheiße. Mach raus, die Scheiße. Ich mache jetzt... Ja, dann mach du das mal, eben. Ich habe jetzt hier gerade keinen Finger frei. Äh, ja. Ah. Warum kommen die hier rein, Junge? Habe ich die überhaupt nicht freundes Liste? Nee, ne? Du freust, die freuen sich bestimmt den Ast ab, wenn die eine Map rausgesucht haben. Die können doch gar nicht rein hier. Ohne Scheiß, weil die die Map nicht haben. Oder doch? Ja, doch, wenn die die auch runterladen. Ja, als ob die so schnell das runterladen, ne? Wieso das denn? Wenn die das runterladen, das Spiel... Da ist schon wieder einer. Junge, würde ich mich... Wenn die das Spiel runterladen... Mach mal eine Umfrage. Mach mal raus. Hallo. Mach doch mal rauswerfen. Wenn die das Spiel aufhaben. Ja, sehen. Bla, bla. Mach rauswerfen jetzt. Nicht sehen, wenn die das Spiel auch runtergeladen haben. Wenn du zum Beispiel jetzt... Mach doch mal rauswerfen. Mach mich doch jetzt, Mann. Ich seh aber nix. Da steht doch, du musst wait 5 Sekunden, du Wichser. Da, bei mir steht aber nix, du Wichser. Ja, dann bist du blind, du Penner. Ja, ey, halt's auf. Umfrage nicht zugestimmt. Warte mal. Junge. Nö, passiert nix. Ey, wieso ist der denn jetzt drin? Richtiger Schmock, Alter. Richtiger Schmock. Stimmt, war ich da? Will er rausfallen? Hilf mir doch, du Lappen. Mach ich doch. Siehst du mal. Lappen. Weile Frisse. Hm, Toilettenpapier. Ganz viel. Warum sind jetzt hier zwei von diesen... Umfrage starten, Spiele rauswerfen. Mach's noch mal. Mach nochmal, Spiele rauswerfen. Es geht nicht. You cannot start a vote until the current vote ends. Hab zwar noch keine gesehen, aber naja, egal. Ich auch nicht. Hast gesehen, mit Messer, Junge. Y-Kick. Was? Raus aus dem Schleim. Y-Kick, weil Baum ist so. Jetzt hilft es... Drück mal auf 1. Drück mal auf 1. Nichts passiert. Verstehe ich nicht. Warum in keiner Sinn. Jockey. Das ist bestimmt so ein scheiß Kiddy, Alter. Wie konnte der mich jetzt von so einer Entfernung vollkotzen? Junge. Finger in Schock. Infected Medipex. Was? Ich bin infected, Alter. Soll ich dich heilen? Bei mir steht infiziert. Warte, warte, warte. Warte, stehe. Wie kann man infiziert werden? Das ist vielleicht von der Map so. Wir könnten auch No More Room in Hell nochmal spielen. Ach, das spielen. Wieso? Das ist doch geil, oder nicht? Ich finde es nicht so geil. Warum nicht? Das ist noch so voll buggy irgendwie, finde ich. Ja, gibst du jetzt die Vollversion? Yeah. Der musst du auch kaufen, oder nicht? Da ist ein Tank. Oh, Junge. Die ist kostenlos. Warte, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Oh, Junge. Alter. Ey, Junge, ich habe gerade von den zwei gesehen. Junge, ich habe keine Muni mehr. Ich habe nur noch meine Nacken. Was machen die anderen? Rocher und so macht gar nichts, Mann. Junge, siehst du das auch manchmal, dass sie irgendwie zwei sind? Nö, ich sehe nur einen. Wenn man genau hinguckt, Alter, dann sieht das aus, als ob der eine Tank aus dem anderen rauskommen würde. Jetzt 3-4-F1. Jetzt 3-4-F1. Ja, geht doch. Raus mit dem. Jetzt kommt bestimmt so der Nächste rein. Got Pills. Dankeschön. Hebe ich mir erst mal gut auf. Ich brauche Muni, Alter. Verstehe aber nicht, warum wir so viel Leben hier abgezockt bekommen. Ich spiele doch nur auf normal. Hier ist nix. Oh, hier ist ein MG. Und nee. Was will ich mit Kotze? Hier kommt doch wieder irgendwas, Junge. Hier ist eine Flasche. Hier ist ein MG. Junge. Oh, Junge, nein, Mann. Oh, jetzt verliere ich wieder alles. Was babbelt denn meiner da? Einer ist behindert. Irgendwas labbert er mit Schwanz gezogen. Ich weiß nicht, was der da babbelt, Junge. Voll unlogik und so. Oh, Alter, Junge, was gibt's denn hier für geile Scheiße? Was denn? Waffen? Harte Wum. Ja, irgendwas passiert doch jetzt wieder hier. Hundertprozentig, Junge. Alter, wir sind erstmal weil der zweite Mission, kannst du es noch nicht angehen, ey. Du hast ihn mit rausgesucht. Kennst du den Film Ghost Ship? Ja. Aber noch nie gesehen. Ja, ist geil, Mann. Nein! Ja, das war's. Das war's. Ich weiß, warum. Weil ich jetzt wieder nichts drauf hab. Ich bin so scheiße, Adam, Arsch, ich bewege. Alter, wir sind... Ich glaub, wir müssten hier gar nicht mehr ein. Junge. Meine Fresse, lasst mich doch mal laufen. Ey, guck mal, ich bin weiter. Junge, wir sind... Wir sind hier 100% in so'n Map, wo richtig viel modifiziert worden ist. Kannst du mir nicht erzählen, Junge. Warte mal, hier muss doch irgendwo was... Da, 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 genau da! Orange, oh mein Gott. Hier soll Schussmuck ist, ja. Fuck! Hunter. Nein! Nein! Alter, Junge, schlägst du mich? Ich hab dich gar nicht gefällt. Was schlägst du mich, Junge? Was gibt's denn hier? Ah, jetzt gibt's hier. Hier ist Muni. Sehr schön. Was, nehm ich jetzt die Sniper? Ja, scheiße. Sind wir hier? Hier geht's um Schutzbunker, ne? Was ist das denn für großer Controller, Alter? Was denn? Wo? Das ist auf dem Sofa. Voll fette. Alter, das ist ein Wii-Controller. Wir müssen auf jeden Fall raus zum Strand. Oh, Junge, ich will aber erst mal noch gucken, ob es hier noch irgendwie was gibt's. Gibt's hier kein Medi oder so? Nö. Ja, komm raus. Totaler Strand. Alter, guck mal, da hinten ist eine Brücke, die abgestützt ist. Ja, komm mal raus. Da ist die San-Francisco-Brücke. Ach, so ein Scheiß. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, Junge, jetzt geht's aber wieder los hier, ne? Komm mal hierher, wo ich bin. Warte, ich hab gerade Schwierigkeiten. Hier ist nämlich ein Schiff und hier ist auch die Brücke. Wo bist du lang gegangen? Ja, draußen, hier. Ach da. Aber da steht ja auch Schutzkunker. Oh. Das hab ich dir doch die ganze Zeit gesagt. Schlaf, wir müssen ja zur Brücke. Warte. Warte, hier ist ein Medi. Wir müssen das kaputt schießen. Warte, da ist ein Medi. Da ist ein Medi. Alles klar, nehm ich. Ja, Marsch, Junge. Jetzt wird's krass, jetzt wird's krass. Ah, hier ist Medi. Arschloch. Schieb. Verschwinde, 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 verschwinde. Warte, Alter, jetzt wird's wieder hardcore, sagst du? Ey, Junge. Ja. Da steht, mach dich bereit. Mache dich bereit. Wofür denn? Ist das schon die Rettung oder was? Warum sollen wir's bereit machen? Nein, das muss wegbrutzeln. Wegbrutzeln. Das ist so ein Panik-Event. Kennst du doch. Junge, ich krieg irgendwie andauernd so, ja, Kotzbomben und alles. So, einfach so. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Left-Wordet ist eigentlich voll einfach programmiert, so. Tja, spawns letzten Zombies kommen fertig. Ja, aber die Zombies, die haben ja ne spezielle KI. Ich meine, die machen ja die Routen selber, also die sind nicht gescriptet. Die gehen selber. Ah, ja. Die wissen selber, wo so, 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 ähm, Gegenstände sind, damit die drüber klettern können. Aber wir müssen hier rein. Nein, echt? So. Nein. Also, es ist irgendwo, aber genau vor mir. Nein. Warte, hier. Oder? Kannst du hier? Ja. Wow, wow. Boah, da jetzt einfach so einsteigen, ey. Nein, nein, nein. Wie lang die Maps gehen? Ohne Scheiß. Aua. Nein, Boomer, 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 Boomer. Alter, wir sind ja immer noch bei der Zweiten. Ich werde nicht mehr. Wo bist du, Flo? Hier, hör dir. Warte, ich helfe dir, Mann. Ich bin voller Kotze, Mann. Ich habe Medi bekommen, einfach so. Junge, wieso kriege ich hier einfach Sachen? Irgendeiner hackt doch hier. Du hackst, Junge. Ja, genau. Müsste man ja dann auch sehen, ne? Ah, das schaffst du schon irgendwie. Das schaffst du schon irgendwie. So, weg mit dir, du. Du Mongolenfresser. Ja, Tabletten. Guck mal, die Zambi sind teilweise anders aus jetzt. Das ist mir doch hin. Mir aber nicht. Weißt du, was geil wär? Ich will zu der Scheißbrücke. Weißt du, was geil wär? Was? Wenn die Dämon und so, wie bei Killing Floor 2, wenn's so wabbeln, schwabbeln und so. Warum? Wär doch geil, Junge. Weißt du was? Arschlecken. Weiter geht's. Junge, ey. Boah. Die Map ist ja schon geil, irgendwie. Ach komm, scheiße auf die. Ach. Deswegen lauf ich doch die ganze Zeit weiter. Was ist denn los? Das war das Alarm. Oh, nein. Nein. Jetzt werden wir verkacken, ey. Warte, ich hab Kotzbombe. Junge, lass ihn. Nein. Geh einfach. Ich scheiß auf alles. Ja. Ich muss es schaffen. Bitte lass es. Ah, ist es. Ich seh's doch, Junge. Ach so, ihr seid da doch. Ah, ich kann mir jetzt in Ruhe Zeit lassen. So, was haben wir denn hier alles? Aha, ja. Du bist übrigens infektet. Nee, jetzt nicht. Das ist, was der Stoja kommt, ne? Ach, komm, scheiß drauf. Die kriegen die Scheiße nicht kaputt. Ja, können wir gleich schon mal weitergehen, ne? So, eigentlich könnte... Oh, jetzt hab ich hier noch einen. Wie geil ist das, ey? Es macht Spaß, alles hier zu haben. Ja, komm, Rochelle. Ich hab jetzt hier den ganzen Tag Zeit. So, haben wir noch irgendwie der Katana oder hier? Ja, wunderschön hier alles. Also, mir macht's Spaß. Dann stelle ich mich schon mal hierhin, damit das schneller vorangeht. Und ja, drei, zwei, eins. Ja. Ich bin der Beste, mit anderen Worten. Mal kurz einen Cut. Ja, das war's. Ich bin der Beste. Vielen Dank.